Janis ist ein Torwart, der ein guter Fußballer ist, aber auch auf der Linie sehr stark ist und vor allem sehr gute Ausstrahlung hat. Ich habe ihn jetzt noch nie persönlich kennengelernt, so nur als Gegner quasi in den Spielen und da war er auch nach dem Spiel positiv verrückt. Er hat sich immer extrem aufgeregt, wenn sie nicht gewonnen haben in den Spielen und es hat mich immer sehr imponiert, seine Art, wie er da hinten drin steht. Vorab lasst ihr doch gerne ein Abo da, um auch in Zukunft keine News mehr zu verpassen. Das war keine ganz leichte Aufgabe, weil Piet Gulaschi ein sehr konstanter Torwart war und natürlich auch große Fußstapfe hinterlassen hat und die hat er jetzt mehr als gefüllt.